Du kriegst ja da gar keinen Loot, deshalb kriegst du wegen dem Erfolg gerade, oder? Ja. Okay. Ähm, Tisch. YouTube. Ich nehme übrigens auf, einfach weil es ein lustiger Kampf dabei ist. Echt? Ja. Ich wollte sie singen. Kannst, mach. Ne, das traue ich mich nicht. Äh, mich haben sie gelobt, wo ich gesungen habe letztes Mal. Das habe ich schon gehört. Nur einer hat mich geflamed. Also, was haben wir da? Da gibt es viel zu viel. Was ist das für ein hässliches Etwas? Ja, Gegner. Ist das ein Holy irgendwas? Holy Parler. Oh, ein Holy Parler. Also, ein Holy Parler C10. Versuchen halt. Dann gehe ich am Death Knight und gehe auf den Schamanen. Ach, scheiss Death Knight. Scheiss Torem. Oh nein. Holy Parler C10. Alles klar. Abgeh die Party. Damage Makro in his face. Parler ist raus. Parler C10. Alles klar. Fuchs kriegt sie. Ich weiß nicht. Sie sind halt auf dir. Parler immer noch CC. Aber nimmer lang. Gefrogged. Insignia. Boah, alter, was ein Kredit. Hey, dieser Parler, der kommt aus allem raus, was ich auf ihn draufwerf. Der D-Couple ist wieder ein. Parler Bubbles. Ich bin gestrangled. Ice Block, Ice Block, Ice Block. Ice Block, ja. Bin ich schon. Parler ist wieder am Start. Der Charmi ist im... Im Eiscrop. Wir draußen. Ich froge einen Parler. Ja, okay. Okay. Parler ist raus. Parler ist raus. Parler wird gleich gekopfenusst. Ich gekopfenusst. Parler geht's da ab. Ich mache ihm auf jeden Fall ein bisschen. Ich bin gefrogged. Ich bin betäubt. Ich kann nichts heilen. Kannst du nur mal blocken? Ich bin... Aaaaah, Parler hast du durch. Hux, down. Was geht da sonst so ab? Warum ist der D-DK wieder da? Den habe ich doch umgebracht. Ich kann den Parler so auf Kopfnussend wie ich will. Das bringt gar nichts. Warum lebt der D-DK jetzt wieder? Warum lebt der D-DK jetzt wieder? Parler geblendet. Und er ist wieder raus. Okay. Okay. Ich hab doch den Getode gestoßt. Wahrscheinlich war ich auf dem Ad. Das kann auch sein. Ich hab all das nicht geschafft, zur Info. Ist der Mönch Healer? Ich weiß nicht, was das für ein Spack ist. Nein, wie wie, oder? Windwalker 3DDs. ich weiß nicht was sagt euer cooles addon man sagt gar nichts das ist leer gehen wir halt auf der Garstück den Mönch oder? oder so am NCC NCC mein lieber der kann wegfliegen vor dem hab ich Angst dann CC mal den Mönch und dann geht's ab also in Dudu kann ich nicht CC ja der Schiel komm hier durch so Mumun die Taktik merken wir uns ja wow CC komm Druck Frock den Mönch die sind auf mir ich bin auf dem DK auch am DK DK entwarf nicht DK nicht geheilt ist aber out of site theoretisch Mönch ist unten Mönch ist unten Achtung ja wir müssen auf den Mönch das bringt's einen Tricks ich CC den Mönch kurz Mönch CC warte schieb den Mönch raus das ist ein garsteiger Mönch oh nein Mönch Mönch hat kommt what what Ich stehe ab, schieb. Du brauchst nicht schieben, wenn ich dran bin. Dann komm nachher wieder raus. Das ist wurscht. Immer diese Healer-Kombos. Jetzt ist er halt oben und macht, was er will. Leck geht's da ab im Dreier. Da geht's da im Fünfer ab. Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ihr müsst auch den Heiler immer möchten. Wir müssen auf den Heiler gehen, oder? Hm, das hätte ich auch gesagt. Oh, nice, da gewinnen wir. Bis die Sterne sieht. Oh, only DDs? Na toll. Was machen wir da jetzt? Entscheidet euch irgendein Typ um zu nutzen. Ja, bitte den Hunter, weil ich hab sonst wieder 10.000 jetzt am Arsch. Ja, aber Hunter hat halt die meisten Def-CDs. Ja, aber die Schurken sind eh alle unsichtbar am Anfang. Wir müssen auf den Hunter auf jeden Fall öffnen. Ja, dann mach das ab. Und er ist in Camouflage. Aber ihn finden wir meistens. Oh, ja. Sollen wir durch Wasser gehen? Durch den Sif? Ja. Wie du das letzte Mal gesagt hast, nee, 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 nee. Nee, komm. Der Sif geht doch niemand durch. Ja, eben. Geh mal lieber über den Friedhof. Ich wette, die anderen kommen auch über den Friedhof. Also doch durch den Sif. Ah lol, jetzt sind wir mal am anderen Ding. Okay, hier sind sie nicht. Achtung, Unsichtbarkeit endet. Ja, ich bin draußen. Ich bin in vier Sekunden. Die werden gestunnt. Haha, die sind auf mir. Der Hunter ist halt weg jetzt. Schuheke ist entwaffnet. Schuheke ist unsichtbar. Wo ist denn der Hunter? Da oben steht er. Ich gehe jetzt auf den Hunter, okay? Alles klar. ZT ein bisschen und so. Oh, der Hunter fällt. Ich glaube, der hat nicht viel Abhärtung. Okay, Abhärtung wahrscheinlich schon. Der muss fällt auch. Hunter hat Dift CD an. Hunter staunen. Könnte er gewinnen. Ja, easy. Komm, 1200 killt ihr noch. Jawohl. GG. Ich habe gewonnen. Ach, deswegen kann ich die in Siege nicht benutzen. Das ist frech. Wo ist der Hunter? Alter, Schuheke? Er öffnet auf mich. Achtung. Boah, der will mich noch. Oh, da hat er mich noch. Alter, es liegt so nett schon wieder an mir. Alter, hör auf. Habe ich Angst. Ich habe nichts. Warum hast du nichts? Mach was. Töne ihn. Ich habe nichts. Bin betäubt. Froschnover und weg. Oh. Frieh, nein, frieh, nein, frieh, nein. Nein, scheiße. Ja, ich habe den Siege nicht gedingst. Ach, Tom. Nein, ist das ärgerlich. Allerdings, du. Uff. Uff. Für was hast du deine ganzen Dev-CDs gebraucht? Wer? Du. Welche Dev-CDs? Ja, Block und so. Dass du nichts ready hattest. Ja. Das weiß ich auch nicht. Weil die waren ja komplett auf mir drauf. Ja, jetzt schaut es anders aus. Verspreche jeder. War ich nicht sogar schon blockig? Weiß gar nicht. Da. Ihr, ihr macht einen Parler. Ja. So lange, bis er bubbelt, der Wichser. Wie er umherspringt. Bewegt ihr euch immer so viel im Dariener? Ja, Muni, du sprichst das echt so. Ja. Da hat man doch keinen Überblick mehr. Natürlich. Da wäre die Wild. Das hast du. Wie er durchdreht. Fettes Monster. So kann ich ihn nicht. Okay. Ja, dann CC ich den Wahi mal kurz, oder? Einfach. Ach, shit. Leuchtfeuer. Ich bin CC'd. Parler heilt sich. Macht heute im Moment an. Ich muss die FC DS ziehen. Haller. Parler ist CC'd wieder. Aber ich bin verstaunt. Gar stickes reflektieren. Den würde ich auch kicken können. Parler down. Die gehen Verstuhlenheit. Und gehen wir auf den scheiß Handa hier. Ha. Ha. Handa get down. Endlich. Was auf dich reingeprasselt ist, Sascha. Ist auch mal nicht. Ey, geh. Ich habe auch mal zwischendurch gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe auch alles, alles gebraucht. Ein Diff-CD ist, was ich hatte. Soll ich eigentlich noch einen Tisch stellen, oder braucht es ihn überhaupt nicht mehr? Ich brauche keinen. Immer. Immer. Ist wichtig. Falls du mal in Situation kommst, wo du essen musst, kannst du dich heilen damit. Ist immer wichtig. Was haben wir denn? Ist das wieder ein Nebenwerker? Ne, das ist ein Dudo. Auf den Dudo. Ach, scheiß, Duden. Du, jeder. Aber lass den Charmin nicht zu hart durch, Carsten. Ähm, dann CC ich am Anfang den Charmin. Ja, aber nur wirklich ganz smooth. Hauptsache, hier holst du den Dudo weg. Ach, scheiße, der ist ja verstohlen. Oh. Wo ist er, der Dudo? Da. Er kommt einfach nicht raus. Oh, scheiß, was er. Wo ist dieser Dudo? Ja, was soll ich machen? Soll ich mal auf der Charmin gehen, oder was? Dann bitte. Okay, Charmin, go. Da ist der Dudo. Alla, ich hasse Dudus, Mann. Wie der sich hielt. Können wir Damage drauf machen. Da können wir Damage drauf machen, wie man wohl. Ja. Das gibt's doch nicht. Hä, willst du mich verarschen? Wenn du's liebst. Dann portet er sich durch den Raum, wie's ihm passt. Alter, regt der mich auf, das Kind. Hey, der redet brutal auf die Eier. Es kann nicht sein, dass wir zu zweit auf einem Wichser rumhauen und er wird CC't und alles und trotzdem kann er sich hochhielen. Kann ich nicht mal einfrieren, oder so. Den Müllschaden, sorry. Jetzt, go, go, go. Nice, das ist ja weg. Ach, sind die schlecht im Schaden. Wofür gehen wir? Den Charmin, der kann nix. Ah, die Jäger ist auch verstanden. Die gehen nicht raus. Jäger down. Ja, der hat schon aufgegeben. Nice. Hä, aber wie hat der mich jetzt aufgeregt, Mann? Guck mal, ihr habt viel mehr Schaden gemacht. Der Druide hat nicht viel gehört. Die anderen sind ja immer um die Kiste hin und her gerannt. Und vor allem zurück. Und vor allem zurück. Ja, Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Und dann war halt, weißt du, die Frost-Nova und das Frost-Ding-Wirte, das ist einfrieren, tieffrieren. Das ist halt strong. Aber der war auch gegen Drachen, oh, dem Immun. Ja, wir haben jetzt wieder drei D-Ds, oder was? Vergellter. Ja, dann gehen wir zuerst auf die Vergellter, oder? Und dann Windraker, meinst du? Ja, habt ihr nicht gelernt, dass ihr nicht auf den Vergellter gehen soll? Doch, weil er so viel hin kann. Ja, aber ich seh gar keinen Vergellter. Das doch, es gibt nur einen Parler. Ach, diese Blizzard-Anzeige ist so hässlich. Lass den Mage nicht durchgasten. Oh, Feuer-Mage. Ja, also war's. Wir können auch erst auf den Mage gehen, mir ist egal. Wenn ihr hinterherkommt, wär mir das eigentlich lieber. Also, das ist erst auf den Mage-Pratzen. Ja. Ah, der macht jetzt erst mal Unsichtbarkeit. Jip, dann ist er weg. Ich bin das Länge unsichtbar hier. Ich ver... Ich geb jetzt einfach mal ein paar Kopfnüsse. Macht ja nix. Kopfnüsse! Kopfnüsse! Freikopfnüsse! Ich bin gesilenced. Da ist der Mage, komm. Mage ist ein Block. Oh, lol. Ist tiefgeporen. Und ist weggeportet. Ich zc ihn ein bisschen. Warum macht das ihm nix? Ist geblendet. Kann nicht wegrennen. Und down. Mage auch gleich. Mage down. Vergelder. Go, go, vergelder. Dengan DIV-CDs. Schild und so. Bin im Block. Wir haben uns gegenseitig entwaffnet. Zieh sie mal zu mir. Zieh sie zu mir. Schnell, schnell, schnell. Dann sind sie noch eingefahren. Ich hab den grad cc'd, sorry. Alles klar. Da mönch im Block. Also im... Ich bin cc'd, Achtung! Sie kommen. Oh! Das ist tot. Oh, der bubble down hielt sich hoch. Ja. Das gibt's ja wohl nix. Betäubt. Da pummel der mich. Da pummel der mich nochmal. Der ist sogar schon rausgegangen, gell? Der Parler. Warum machen ich da so wenig Schaden in der Arena? Ich versteh das nicht. Aber glaube ich eher an dir. Oh. Jetzt kommt wieder ein Win. Immer wenn's einen Instant Inf gibt. Das ist die Hexenmeister-Arena. Die Hexenmeister-Arena. Arena. Nice. Maffenwarri und Hexenmeister, wie ich's gewusst hab. Würde dir gern sagen. Wie sehr wichtig ich war. Also Hexenmeister-CC. Okay. Saft mir eh nicht. Hämt da den Warri auseinander? Der Warri können wir gleich zerfetzen. Warri wird zerfetzt. Ich muss zerstören. Ja. Ich bin nackt die ganze Zeit. What? Da macht er da Foto aus. So Leute, jetzt spielen wir das mal ein bisschen professionell hier. Fuchs macht immer Foto aus mit seinem Schniedel an der BMW-Sat. Pst. Er steckt mir in die Frühlingsrolle. Ja. Das war mein Geheimnis, Sasch. Also ist der Hex hier auch unsichtbar. Wie geht denn das? Das ist ein Nachtelf bestimmt. Und der Warri auch. Die haben doch kein Schuhhecken dabei, oder? Doch. Ah, Achtung, die sind hier. Die sind geroutet. Oh, alle erwischt. Ich bin gestand. Hexi. Ach, wir wollten ja... Auf was wollten wir? Auf den Krieger, gell? Ja, bitte. Hexi ist auch okay. Der geht down hier, wie nix. Hexi down. Leck mich doch am Arsch. Ich bin auf den Krieger. Ja, der eine an mir. Mit dem Block. Ich hole gerade den Schuhhecken. Warte, ich entwarf mit dem Schuhhecken? Wo? Hat nicht geklappt. Aus irgendeinem Grund. Der ist orientiert, Sins. Wir erinnern jetzt gerade irgendwie an Super Mario. Kriegt er den Pandas dann in die Fresse? Da, desorientiert er mich. Boom, baby. Boom. Ah, der Hexi ist brutal leicht. Du kannst ja nur so viel Schaden machen. Ich mach einfach, weißt du... Musch um ihn rumlaufen, weißt du? Das macht mir Schaden dann. Plus ein Hot, der 30% healt und alle healt zum 25% erhöht. So im Zweier krieg ich den locker 20, 16, 20 Sekunden nicht down, bin mir sicher. Der Vorteil ist, wenn ihr auf ihn drauf seid, er kann halt gar nichts casten. Wie, da hängst, heißt ich öfter oder was? Die haben einen Healer. Das ist jetzt ein Gebrechen. Wir gehen zuerst auf einen Healer oder? Oder nicht? Ja, ja, bitte. Dann versuche ich irgendwie, Kopfnuss zu verteilen am Anfang und dann zu eröffnen. Verteil die Kopfnüsse. Ich verteil die Kopfnüsse, wenn es klappt. Da kommt ein Akro-DK. Pass auf, die machen bestimmt Sif hin. Oh, wo rennst du hin? Die machen bestimmt Sif hin. Hier auf dem Boden. Ja, da ist der Sif! Hat er mich getroffen? Nee, hat er nicht. Ich gebe dem Parler eine... Nee, den Parler wollen wir ja angreifen, gell? Parler stimmt sie nicht. Ander Bubble da, das gibt's doch nicht! Ich hasse diese Bubble. Hey, ich hab doch... Okay, aber jetzt, Freundchen. Ja, leck mich am Arsch. Oh, dieser scheiß Hexi! Ich versuche, den Parler zu blenden. Bin, äh, block. Hey, würdest du jetzt mal an Range kommen? Hallo, meine Freunde! Hallo! Hallo! Tobi! Der Beste meiner Freunde! Ist der Arschermil auch da? Ja, ja. Sagst du mir Bescheid, wenn ich das mal testen kann? Darf! Darf ich? Ich bin... Parler down! Zwei Spiele noch bin ich Platin. Ja! Ja, bist du jetzt gerade entgegen? Ich schmeiß dich raus, oder? Nee, 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 nee. Vido Arena. Ah, Alter, ich bin verängstigt. Ja, wie du, Tito. Wie du spielst, Arena. Wir gehen jetzt auf den Hexi, okay? Alles klar. C3, oder? Ja. Ja. Ich sterb. Ich sterb. Wo bist du? Hexi ist cc'd. Hexi ist immer noch cc'd. Go, go, go! Hast du noch mal einen Schurkenhandel? Alter, ich denke mir überhaupt nicht mehr aus. Börschen, die doch voll weg. Ich hab halt nen ganzen Börsch für nen Parler rausgehauen. Oh, shit! Shit, ich geh da und ich kann nix mehr tun! In den Block. Oh, der Pulder-Dick hab mich weg! Oh, nee! Nee! Da versteh ich jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt einlog, schmeiß ich dich nicht draus. Nein. Nein! Ich verletzte im Damage mit Abstand. Also wir haben auch DSC wieder, oder? Ja. Ich hasse Paladin. Ich auch. Paladin regt mich am meisten auf. Bobby, komm, mach noch zwei Spieler mit meinem Priest, dann bin ich Platin. Ich will jetzt erst mal hier das nicht mehr angucken. Und? Und? Du musst Deutsch mit ihm reden, das blickt er nicht. Doch. Und? 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 Okay, ich versuche irgendwas zu erzählen, aber es klappt eh werden. Ich hab's alle drei langsamer voll. Nice. Alles klar. Soll der Boot nur unter unseren Füßen, unter unseren Füßen beitzen. Ja, nee, halt wie der Zauberer oder sowas, oder? Waffe man das nicht immer so alles? Ich renne es da vor uns jetzt. Ah, nee, jetzt ist ja... Ja, ich hab' ihn ja wisst! Komm, Priest! Was ist mit ihm schon, Alter? Wo ist er hin? Ich seh' da nicht. Wo ist der Priester? Ich hab' ihn, ich hab' ihn. Achtung, er viert bestimmt gleich. Ist stimmt. Jetzt ist er voll! Live Swap! Live Swap! Ich hab' den Priester! Ich hab' den Priester da! Tod! Leine Chance! Will wen los, Hab's denn? Mh, 2,20 oder so? Ja! Nein! Shit! Ist jetzt ein 9,3 oder was? Alter, ist der hässlich! Tod! Was willst du dagegen machen? Was machen? Hatt' ich für'n Schaden! Warum? Warum spielen eigentlich alle immer Frostmage? Ich versteh' das nicht. Was wollt' er machen? Ähm... Mage C10 und Priester gehen. Ja, Baby. Das ist ne Eselsbrücke. Ja. Mage C10, Priester gehen. Und Schurken... Nicht sehen. Richtig! Oh, ist das nice! Alla! Reimen Monster Deluxe! Und diesmal gehen wir links rum! As you prefer! Ach, Mage C10... Die kommen auch, die kommen auch links! Die kommen auch links! Wo ist das Schurken? Da war der Priest! Schurken... Ach nein! Er ist wieder unsichtbar! Ich hab Zap! Schurken hat auch Zap! Schön! Priest, go! Priest geht down wie Schnitzel! Priest down! Ja, schön! Mage! Mage Focus! Der hängt da mit! Mage Block! Schurken entwaffnet! Mage weitergehen! Schurken ist hilft worden! Bastian! Ich hab ja Anno Dinger! Mage geblendet! Ul, ihr könnt hierbleiben! Als euch geht's halt auf die Nerven! Ja, mal wenn ich was ja eher so ruhig rügsmitglied habe! Das stimmt nicht. Ja, aber... Mage down! Neben Block! Ach ja? Ja, eigentlich war es so cool, Schuhe, gell? Eingefahren. Und zack und bam. Wir gehen da down. Going down. Going down like a Schnitzel, baby. Das gibt es ja nicht. 500.000 Schaden gemacht. Da musst du mehr drücken, Fuchs. Mehr drücken. Musst du die Knöpfe her da drücken? Ja, ich habe ja immer so lange Cast-Zeit. Das stimmt. Das ist, deshalb schwingt man kein Feuer in der Arena. Kann man das nicht ändern? Eislanze, Eislanze, Eislanze. Eislanze, OP. Was macht dein Deck? Okay, also wir gehen auf den Parler und CC in den Hexi. Oh ja. Das wird ein Schmaus. Wir machen ihm den Ga-aus. G-G-Ga-aus. Wop-wop-wop-wop-wop. Der Ga-aus-Remix. Ga-aus-LPs. Also auf den Parler aus. Auf den Parler und den Hexi schieben und CC in den ganzen Tag. Und alles, was geht. Was macht er? Er stellt ein dämonisches Tor. Das gefällt mir gar nicht. Der Vari hat es schon eröffnet. Oh, er hat ihn siegen jetzt. Hexi, CC, go. Ja, ist wieder in einem Schieb. Das ist ja süß. Bubbled? Alter. Hat sich wieder vollgehealed mit seiner scheiß Bubble? Bleib. Oh, nee. Warum läuft er da eh mal von mir weg? Ja, weil er um die Säule rum will. Natürlich. Ist doch clever. Bitch. Desorientiert. Kick. Ich weiß nicht, ob der kickt. Nochmal kick. Nochmal kick. Ja. Das erste geht's scheiß. Ach, fuck you, Hexi. Ja. Wie sehe ich jetzt, wie viel Staub diese Karte kosten würde, wenn du die nicht hast? Klick's einfach an und dann zieh ich es. Komm, das gehe oben, Hersteller-Modus. Okay. Ich komme von der anderen Seite. Nein, ist CC. Nee, ist er nicht. Ah. Da gibt er mir die volle Buße oder Hammerhaut. Und ein 4 hinterher. Aber der Ding ist auch voll equipped, gell. Wir sind auch voll equipped. Nee. Wenn sie kiten zu uns hier ganz übers Feld, dann sind scheiß echt. Down. Block. Das bringt nichts mehr. Das bringt schon was. Die haben alle volles Leben fast. Parla hielt sich auch wieder hoch. Jetzt bin ich betäubt. Der Krieger springt noch auf dich drauf. Als wird's nicht schon reichen. Holy frickin' moly. Hat er gut gemacht. Ja, war jetzt echt schade. War doch super. Da müssen wir uns verteilen bei dem Mönch. Der fliegt eh wieder davon. Ja, wir verteilen uns und gehen trotzdem auf den Mönch. Nee, aber der Mönch, der kann so blöd entwaffnen rundum. Das hasse ich. Kann ich nichts dagegen tun. Okay, und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen den Dudu. Ist das ein Dudu? Ja, gell. It's a party of three. It's a party of three. Der scheiße, der scheiße, wie ich ihn kenne. Und go. Go, 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 go. Da hat er irgendeine Angstblase an. Kick. Warum geht er denn nicht down? Okay, down. Nicht vorn. Jetzt auf den Dudu. Auf den Dudu. It's a party of three. Ist entwaffnet? Alter, bei dem geht es gar nichts mehr, oder was? Down. Der war nice, ja. Der war echt schön, ja. Wissen Sie noch, was der war? Der war schlick. Schlick. Einfach nur schlick. Darf ich noch zwei Spiele mit dem Hexie mit? Ey, du darfst schlicken, was du willst.